Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt und kam dadurch zu dicht an die Grenze. Wieso haben wir ihn nennen? Er ist kein Haustier. Wir können nicht einfach tatenlos zusehen. Oh Mann. Ich halte das hier nicht noch eine Stunde aus. Er ist da drüben. Wir lassen uns von Rebellen nicht aufhalten. Wir fahren mit einem Jeep in das Gebiet. Unsere Kinder waren mal mit uns kämpfen. Sie sind keine Überlebenskünstler. Wir wollen an der Suche teilnehmen. Sie innen! Löwe! Oh, 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 oh.